Ich bin für ein Verbot von Feuerwerkskörpern. Ich aber nicht, Investor ist einmal im Jahr. Als nächstes so eine Leuchtfeuerbatterie. So, Chrysanthemen von denen, oder wie das Ding heißt. Hallo, Feuerwerk. Geh weg da! Geh zu dir rüber! Leuchtkugelbatterie, die zweite. Zwei Vulkane auf einmal. Lägenzimmer realizar. Lägenzimmer. Gernot. 5 Schuss Was hab ich doch die für einen Arsch. Die ist echt für einen Arsch. So, zur Abwechslung mal ein dicker China-Böller. Ja, der Rest von den Aufnahmen ist jetzt leider für die Tonne. Wir haben natürlich noch viel mehr aufgenommen von allen Böllern, die wir noch dabei hatten und alles andere. So, nach dem Böllern auch alles wieder aufräumen für die Umwelt. Mein Papa war vor der Kamera. Der hat leider an meiner Kamera irgendwas rumgedrückt zwischen normaler Aufnahme und Zeitrafferaufnahme. Das ist jetzt alles für einen Arsch. Kann ich nichts mehr draus retten. Weder Tonspur noch irgendwas. Einzigste, was jetzt noch übrig ist, ist diese geile Batterie hier. Die werde ich auch nachher um Punkt 0 Uhr zünden. Da fahren wir jetzt gleich dann auf Berg oder Aussichtspunkte in der Nähe. Dazu finde ich die dann. Und da gibt es auch nochmal ein bisschen Videomaterial von den anderen vom Feuerwerk von 0 Uhr. 2006 0 Uhr 0 Uhr 1 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hab das alles in der Richtung in der Hand hier. Warte. Ja, das ist gut. Ich habe den Boden geflogen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gut! Gut! Das war's mit dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich allen einen guten Rutsch und hoffe ihr seid schon gut reingerutscht ins neue Jahr und ich hoffe natürlich auch ihr erreicht alles was ihr erreichen wollt und ja einfach guten Rutsch bis zum nächsten Video. Ciao Ciao!